So, jetzt aber kommt Gold, bitte. Immer hier ist es doch Bronze geworden, das ist übrigens hier eine Doppelanlage, nur zu hinteren. Oh, vier Skatter hat er gegeben, aber die Freispiele haben trotzdem die Anzahl bleibt, so wäre es schön, wenn man jetzt mehr Freispiele hätte, ist aber leicht geblieben. So, mal schauen, ob er diesmal ein bisschen mehr Wilds auch hier eindreht. Ein bisschen mehr meinte ich, nicht nur vier Stück. Haben wir mir ein bisschen mehr gewonnen. Auch noch zehn Cent, weil ich immer noch den Rekord holen möchte. So, schauen wir mal, ob wenigstens ein bisschen Spielgeld dabei rumkommt. Komm, wenigstens mal eine Verlängerung hier, oder noch einen, ah, schade. So, eine ganze Reihe von diesen Merlin oder Zauberern wäre doch schön gewesen. Immerhin etwas. Auf geht's, 10, 20, was kriegen wir? Neuer Versuch, nachdem das da eben nur 2,50 Euro war. Komm, auch ein paar Fragezeichen, kommen wir wenigstens eins noch. Dann nicht. Bronze. Auf ein neues. Nach Bronze kommt was? 5 Euro? 2,50? Wir werden sehen. Oh, komm, auch ein paar Fragezeichen. 5 Euro. Ich meine, ich meine, wiracje die Lauf. ... ... ... ... ... Oh, das ist gut. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das war's. Schade, wieder nur eine kleine Serie. Mal gucken wie es weiter geht. So, ah man, so sieht's aus. Bis später. Auf ein neues, kriegen wir ihn. Ach, wann ist er jetzt? Oh Silber, super. Ich hab die Zahlen, ich hab das nicht so mit Blick, weil ich immer auf die Kamera gucke. Deshalb, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht rechnen kann. Sondern einfach, dass ich nicht immer sehe, sondern gucke, dass ihr alles seht. So, und? Schade. Na gut, schauen wir mal wie es weiter geht. Bis gleich. So, ja.